Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Fraktion Die Linke und Bündnis 90 Die Grüne beschäftigen uns heute mit einem gemeinsam formulierten Antrag für eine nuklearwaffenfreie Welt. Sie fordern die Bundesregierung auf, an den Verhandlungen über ein Kernwaffenverbot teilzunehmen. Sie werden wohl keinen hier in dem Plenum finden und unter den Zuhörerinnen und Zuhörern, der sich nicht wünschen würde, dass es keine Atomwaffen mehr gibt. Sie stellen es sich so vor, dass man auf eine Seite Papier, hören Sie erst mal zu, auf eine Seite Papier mit ein paar anderen Staaten zusammen aufschreibt, dass Kernwaffen verschwinden sollen, dass wir sie ächten. Wir alle wissen, dass es sich rein um eine Initiative handelt, der nicht Kernwaffenstaaten. Das ist ein bisschen so, wie wenn sich die Mäuse im Viertel verabreden würden, etwas gegen die Katzen zu tun. Ganz ehrlich, liebe Kolleginnen von der Opposition, jetzt hören Sie bitte noch mal kurz zu. Ich schätze Sie wirklich sehr und bin da ja auch im Gespräch mit einzelnen von Ihnen, gerade wegen Ihres abrüstungspolitischen Engagements. Ich respektiere das auch und finde das gut, dass viele aus diesen friedenspolitischen Ideen heraus und mit viel Idealismuspolitik betreiben. Und vieles dieses Idealismus teilen wir auch. Aber gerade, weil Sie viel über viel Kenntnis haben in Ihren Reihen im Bereich Abrüstung und nicht Verbreitung, bin ich ehrlich gesagt regelrecht enttäuscht über diesen Antrag. Und ich sage es gleich vorab, Ihr Weg gefährdet aus unserer Sicht alle bisherigen Erfolge der nuklearen Abrüstung. Sie kennen ganz genau das klare Ziel der schwarz-roten Koalition. Wir stehen für eine nuklearwaffenfreie Welt. Dieses Ziel ist ausdrücklich auch so im Koalitionsvertrag benannt. Und Sie wissen genau, dass Deutschland weltweit ein anerkannter und geschätzter Verhandlungspartner ist für nukleare Abrüstung. Und Sie wissen auch, dass Deutschland in seiner Rolle als Brückenbauer schon viel erreicht hat. Und wenn Sie ganz ehrlich sind zu sich selbst, dann wissen Sie auch, dass Ihr Antrag an vielen Stellen schlichtweg weltfremd ist. Und ich möchte Ihnen das gerne erläutern. Erstens. Natürlich können wir uns wünschen, dass die Kernwaffenstaaten, die offiziellen und die inoffiziellen, faktisch gemeinsam zu der Einsicht kommen, dass es für alle besser wäre, wenn sie auf Kernwaffen verzichten. Die Bereitschaft der Kernwaffenstaaten liegt dazu aber schlichtweg nicht vor. Und das ist eine Tatsache, an der wir nicht vorbeikommen. Zweitens ist Ihr Antrag unrealistisch, weil er die Grundlagen der internationalen Machtverteilung schlichtweg ignoriert, sondern weil er auch die Verhandlungen, sondern auch weil diese Verhandlungen aus unserer Sicht das wertvollste Vertragswerk, was wir überhaupt haben, im Bereich der nuklearen Abrüstung gefährden würde. Und das ist der internationale Nichtverbreitungsvertrag. Sie wollen, dass wir am Ende ein Papier haben. Ich habe das schon erklärt. Wir echten Atomwaffen. Da steht aber nichts drin, was mit denjenigen Staaten passieren soll, die kernwaffenfähiges Material schon haben. Oder was mit denjenigen Staaten passiert, die schon Atomwaffen haben oder ein Atomenergieprogramm, also Atomenergie zur zivilen Nutzung haben. Wer soll das denn alles überprüfen? Sie riskieren, dass die Nicht-Kernwaffenstaaten sich aus dem Nichtverbreitungsvertrag zurückziehen und damit die Kontrollen ihrer Atomanlagen durch die internationale Atomenergieorganisation entfallen. Wie wollen wir dann in Zukunft eigentlich noch verhindern, dass nicht die nächsten Staaten nachziehen und heimlich Atomwaffen entwickeln? Und das ärgert mich, dass Sie genau wissen, dass wir schon viel weiter sind mit den bestehenden Regimen und die etablierten Verifikationsmechanismen über Bord werfen wollen. Und drittens, alle Verhandlungen innerhalb des Nichtverbreitungsvertrags haben einen entscheidenden Vorteil. Und das wissen Sie auch, dass nämlich beide Seiten verhandeln, die Atomwaffenstaaten und die Nicht-Atomwaffenstaaten. Und das ist aus unserer Sicht absolut essentiell. Denn was wir nicht brauchen können in dieser Welt, und das ist etwas, was wir beide alle hier bedauern, ist ein weiteres Wettrüsten und noch eine weitere Spaltung in diesem Bereich. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Bemerkung von Dr. Neu? Frau Dr. Leichert, Ihnen ist bekannt, dass im Jahre 2010 fast alle Fraktionen im Deutschen Bundestag gemeinsam einen Antrag verabschiedet haben, der darauf abzielte, die Atomwaffen aus Deutschland abzuziehen. Ist Ihnen bekannt, ja? Im Jahre 2012, im Rahmen des Chicagoer NATO-Gipfels, hat Deutschland die Frage des Abzuges der Nuklearwaffen aus Deutschland, aus der deutschen Souveränität, an die NATO abgegeben. Ist das ein Beitrag Ihrer Auffassung nach? Ist das ein Beitrag für eine nuklearwaffenfreie Welt? Vielen Dank für Ihre Frage. Ich stelle gerne die Frage zurück an Sie. Was machen wir hier in Deutschland, wenn wir nicht mehr Teil der NATO sind, wenn wir so tun, als würden wir nicht ein Stück weit von der nuklearen Teilhabe profitieren? Eigentlich haben wir jetzt hier nicht eine Dialogveranstaltung. Aber gut, kurze Rückfrage. Nein, ist okay. Ich mache jetzt einfach mal weiter, weil ich zu dem Punkt noch mal komme. Wir halten Ihren Antrag von Links und Grünen an dieser Stelle für sinnlos bis gefährlich. Ich habe das vorhin schon mal ausgeführt. Die CDU-CSU-Fraktion setzt vielmehr auf das große Engagement Deutschlands innerhalb des Nichtverbreitungsregimes und darüber, was wir aufrechterhalten wollen und ausbauen wollen. Wir verfolgen dabei einen schrittweisen Ansatz. Sie kennen den auch. Ich nenne nur drei Punkte, die uns dabei besonders wichtig sind. Ein Baustein dabei ist Transparenz. Ohne Transparenz mit Blick auf die Atomwaffenarsenale der Atomwaffenstaaten – das ist uns allen bewusst, die hier sind – werden wir keine messbaren Fortschritte erzielen. Deshalb werden wir auch weiterhin innerhalb der Non-Proliferation Disarmament Initiative – Sie wissen, wie engagiert da Deutschland ist – in den Fortschritten, die dort erzielt wurden. Aber wir wollen an diesen Initiativen festhalten und sie weiter ausbauen. Zu unserem schrittweisen Ansatz gehört auch, dass wir die Produktion von spaltbarem Material unterbinden wollen. All das erreichen Sie nicht mit Ihrem nuklearen Bann. Hier haben wir eine konkrete Resolution, die Deutschland gemeinsam mit Kanada und den Niederlanden in die UN-Generalversammlung eingebracht hat. Eine Expertengruppe wird hier mögliche Vertragselemente für ein Fissile-Material-Cut-off-Treaty identifizieren. Wir haben dabei sichergestellt, dass zumindest vier Kernwaffenstaaten eng eingebunden sind. Ich möchte noch abschließend ein weiteres Element hervorheben. Das wissen Sie auch. Deutschland setzt sich schon lange ein für einen umfassenden nuklearen Teststoppvertrag, dass dieser gestärkt wird und weiter ratifiziert wird. Auch dieses Engagement wollen wir in Zukunft aufrecht erhalten. Sie sehen, dass all diese Schritte zu einem klaren Konzept führen. Lassen Sie mich abschließend feststellen. Solange die machtpolitischen Realitäten – und wir können es uns ja immer anders wünschen, so sind, wie sie sind –, solange einzelne Staaten in der Lage sind, immer wieder zu destabilisieren – und dazu zählt auch Russland – Sie haben eben gerade nur über die Modernisierung des amerikanischen Atomwaffenarsenals gesprochen. Das ist sehr einseitig. So lange ist es gut für uns, wenn wir eine starke Allianz mit unseren NATO-Partnern bilden. So viel Realitätsbewusstsein muss sein. Deshalb wird die CDU-CSU-Fraktion keinen Antrag unterstützen, mit dem wir uns aus unseren Bündnispflichten – und dazu gehört die nukleare Teilhabe – innerhalb der NATO verabschieden. Ich sage es ganz deutlich hier, ich möchte hier im Deutschen Bundestag nichts beschließen, was unsere Sicherheit gefährdet. Gleichzeitig wissen wir, dass die nukleare Abrüstung immer wieder neue Impulse braucht. Wir werden auch weiterhin alles dafür tun, hier greifbare Erfolge zu erzielen. Was wir dabei aber nicht zulassen werden, und das unterscheidet uns von Ihrem Antrag, ist, dass die hervorragenden bestehenden Verträge und Initiativen zur nuklearen Abrüstung für ein einziges wirkungsloses Blatt Papier geopfert werden. Auch Ihnen möchte ich abschließend eine Brücke bauen und freue mich über richtig gute Initiativen im Zuge der Beratung für eine nuklearwaffenfreie Welt, die wir allen wollen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank, Katja Leichert. Nächste Rednerin Agnieszka Brugger für Bündnis 90.